Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Berufung von Google und Alphabet gegen die von der Europäischen Kommission verhängte Strafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro zurückgewiesen. Die Kommission stellte 2017 fest, dass Google seine marktbeherrschende Stellung im Bereich der allgemeinen Internetsuchdienste sowie im Markt für spezialisierte Suchdienste missbraucht habe. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, wurde wegen wettbewerbswidriger Gewinne von insgesamt 523 Millionen Euro in Europa verantwortlich gemacht. Am selben Tag verlor auch Apple seinen Rechtsstreit gegen eine Anordnung, 13 Milliarden Euro an rückständigen Steuern in Irland zu zahlen. Der Europäische Gerichtshof unterstützte in seinem Urteil die Europäische Kommission, die gegen illegale staatliche Beihilfen für globale Unternehmen vorgeht. Sowohl Google als auch Apple haben angekündigt, ihre rechtlichen Auseinandersetzungen fortzusetzen.